Die jungen Kerls haben das nicht aufgrund der Verletzungen letztes Jahr gerichtet, sondern aufgrund ihrer Leistung. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt gehabt, auch im letzten Jahr. Die haben nicht gespielt, weil wir viele Verletzte haben. Max Meier hat von Anfang an gespielt, Kolasinac hat gespielt, Goretzka haben wir immer wieder eingebaut. Er war dann öfters verletzt und krank, deshalb hat er in der Vorrunde nicht ganz so viel gespielt. Der Einzige, der aufgrund der Verletzungen ein bisschen reingerutscht ist von den Jungen, ist Karnayhan. Sie sind ein Teil der Mannschaft und sie sind ein guter Teil der Mannschaft und das hat überhaupt nichts mit den Verletzungen zu tun, wenn sie spielen.